Yo, 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 Gang, what up? Jonas, hier am Start für euch. Kennt ihr das, wenn ihr euch an so ein Internetphänomen erinnert von vor ewig langer Zeit und ihr werdet richtig nostalgisch und denkt so, mein Gott, war das schön? So einen Moment hatte ich letztens. Bevor es losgeht, noch einmal ganz kurz zu unserem Sponsor für dieses Video. Der ist nämlich Blinkist, oder das ist Blinkist. Und die haben wir auch schon mal bei Simpli vorgestellt. Und auch jetzt nochmal hier, Blinkist ist eine super, super geile App, die wir selbst auch mega aktiv nutzen. Also vor allem ich bin da regelmäßig am Start. Das ist eine App mit quasi Zusammenfassung von Sachbüchern, die man halt so in 15 Minuten einfach durchlesen oder anhören kann. Also im Prinzip gibt es halt einmal entweder eine Kurzzusammenfassung als Text oder halt richtig schön als Hörbuch. Also richtig nice und angenehm, eingesprochen so, dass man das irgendwie auf dem Fahrrad hören kann. Und super knackig und super gut formuliert. Und es hat halt ganz große Klassiker. So Thinking Fast and Slow ist ein Beispiel. Ich glaube, Denken Schnell und Langsam oder so ungefähr heißt es auf Deutsch. Und es gibt wirklich alles Mögliche. Also da sind aktuelle Ratgeber dabei. Wie gesagt, zeitlose Klassiker. Es geht um Produktivität, manchmal um Psychologie oder auch um Wissenschaft. Manche Sachen sind auf Deutsch, manche auf Englisch. Insgesamt sind das 25 Kategorien und jeden Monat kommen ca. 40 neue Titel dazu. Und ihr könnt Blinkist einfach so kostenlos testen. Ja, so ist das nämlich. Auf blinkist.de slash 2botguys kriegen die ersten 100 Gang-Member 20% Rabatt auf das Blinkist Premium Jahresabo. Ich wiederhole die URL nochmal kurz. B-L-I-N-K-I-S-T.de slash 2botguys für 20% Rabatt. Da würde ich auf jeden Fall mal zuschlagen. Ich bin großer Fan der App. Ein Link ist ganz oben in der Beschreibung. So und jetzt zum Video. Und zwar wissen wir ja durch das Dashboard und die Analytics, wie alt die Gang ungefähr ist. Und es wird jetzt wahrscheinlich ein paar Leute geben, die kennen das noch. Aber es wird definitiv auch Leute jetzt hier geben unter den Gang-Member, die davon noch nichts gehört haben. Und gerade für diese Leute, schaut es euch einfach an. Es ist 12 Jahre alt und es ist immer noch so unendlich geil. Also es war wirklich meine, es war so dieses beste Erlebnis von sowas, was man so wiederentdeckt, was ich so seit langem hatte. Man kennt das ja mit Musik, wenn man so einen Artist völlig vergisst, irgendwie so eine Band oder so ein Rapper. Und plötzlich erinnert man sich so. Ich hatte das letztens mit FA, mit Fabian Römer. Ich habe den bestimmt zwei, drei Jahre lang nicht mehr angehört. Und plötzlich, warte mal, ich habe mir ja sogar noch, ich habe mir damals die Herbst, hieß es glaube ich, Collectors Box geholt. Also ich war ein richtiger Fan. Korrektur, habe gerade nochmal nachgeschaut, einmal das Recording pausiert und doch nochmal gegoogelt. Hier ist natürlich Kalenderblätter, also komplett falsch. Herbst, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme. Auf jeden Fall, sowas hat man ja manchmal, dass man sowas wiederentdeckt. Und ich habe eine unfassbare Wiederentdeckung gemacht. Und zwar die Potter Puppet Pals. Oh, ist das gut. Es ist wirklich so gut. The Mysterious Ticking Noise, das werden bestimmt einige Leute kennen. Severus, Snape, Severus, Snape, Dumbledore. Das kennen bestimmt einige Leute. Für die Leute, die es nicht kennen, war das jetzt gerade unendlich random. Aber Potter Puppet Pals ist halt eine uralte, so eine Puppet Show auf YouTube von 2007 ist jetzt das Video vor mir. Und also diese Show ist wirklich, die ist so alt wie YouTube selbst quasi. Und ja, das waren so einige der ersten viralen Videos, habe ich das Gefühl. Oder zumindest so in meiner Bubble damals, in unserer Generation. Das hat auch, das kannte jeder. Und das war auch so ein, das ist halt so ein Ohrwurm, der bleibt halt so hängen. Und die Potter Puppet Pals, die haben ja eine ganze Serie. Da gibt es ja richtig viele Videos auf dem Kanal von Niall Sissi Gierda oder so. Naja, den Namen kann ich nicht richtig aussprechen, glaube ich. Aber das ist ganz interessant, weil der hat nicht mal so viele Abos. Der hat jetzt 600.000 Abonnenten, glaube ich. Und der hat wirklich damals eine der Internetshows produziert. Das war ein Phänomen. Und ja, das ist irgendwann so ein bisschen untergegangen. Beziehungsweise der hat es irgendwann einfach enden lassen. Der macht jetzt viel anderen Shit. Der hat auch einen coolen Patreon-Account. Den habe ich euch mal in die Beschreibung gepackt, falls es euch interessiert, was der sonst noch so alles macht. Hat auch mal einen Hoax verbreitet und so. Echt ein kreativer Typ einfach. Genau, aber einfach mal als Empfehlung an die Gang. Die Harry-Potter-Fans unter euch werden es auf jeden Fall lieben, wenn sie es noch nicht kennen. Und auch die Leute, die es schon kannten, schaut es euch einfach nochmal an. Ich dachte, vielleicht fand ich es nur witzig, weil ich damals, ich weiß nicht, wie alt war, als ich es entdeckt habe. Aber jetzt fand ich es immer noch witzig. Ich finde es immer noch richtig herrlich. Es ist so ein bisschen dümmlich natürlich, aber sehr lustig. Und als ich dann so nachgedacht habe über alte YouTube-Klassiker, alte Videos, die man sich damals hundertmal angeguckt hat und über die man immer und immer wieder gelacht hat, ist mir noch eine andere Serie eingefallen wieder. Und die ist ein bisschen jünger, also die ist nicht ganz so alt wie die Potter Puppet Pals, aber auch schon ancient, so in Internet-Zeit gedacht. Wow, toller Satz, schon wieder toller Satz. Auf jeden Fall geht es um Gamer-Poop und zwar insbesondere die Skyrim-Series. Und das waren so die Videos, die habe ich mir damals mit meinem ersten Mitbewohner in meinem ersten Studienjahr haben wir uns die so oft angeguckt. Und was das im Prinzip ist, ist jemand, der hat die Skyrim-Charaktere genommen. Also für die Leute, die das nicht kennen, Skyrim, ganz legendäres Videospiel in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt gesetzt. Und die Person, die das gemacht hat, hat diese Charaktere so rausgenommen und die so random Dialoge führen lassen. Einfach also ganz viel gemoddet und ganz viel bearbeitet. Und dann sind das quasi so Cutscenes von Skyrim, die natürlich nicht original im Spiel drin waren, sondern die so Fan-Mate daraus kreiert wurden. Und diese Dialoge und was da passiert, es ist halt so dumm, es ist so dümmlich und es ist so random, aber es ist genau mein Humor. Also ich könnte mich darüber totlachen, ich könnte mich komplett schlapplachen den ganzen Tag über Gamer Proof Skyrim. Die erste Folge habe ich euch auch mal verlinkt. Ich sehe auch gerade, dass das gar nicht so viral gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das ein Reupload ist oder wie das genau läuft, weil ich dachte, dass das früher bei diesem einen Gaming-Kanal hochgeladen wurde. Wie hieß der denn nochmal? Dieser ganz, ganz riesige... Eine Sekunde. Ganz komisch, ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt, ich finde den einfach nicht mehr. Das ist dieser Gaming-Channel, der hatte so ein Hazard-Symbol und ich meine, dass der zu ist oder ich weiß nicht, gibt es den noch? Irgendein Gangmember, wenn ihr den kennt, wenn ihr wisst, was ich meine, schreibt mal in die Kommentare, um was es da geht. Also es war ganz lange, war so ein riesen Gaming-Kanal, die haben alles mögliche zu Gaming hochgeladen und die haben so ein Bio-Hazard-Symbol als Logo. Naja, wie auch immer, ich dachte, dass es auf deren Kanal hochgeladen war damals, vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall scheint das von Manslayer zu sein, Original, also ich war damals nicht so tief drin. Auf jeden Fall Gamer Poop Skyrim, legendäre, legendäre Serie für alle Leute, die so ein bisschen Random-Humor mögen und auch so ein bisschen über dümmlichere Sachen lachen können. Ja, denen empfehle ich nochmal Gamer Poop Skyrim, legendär, ganz legendär. Ähm, genau und kommentiert mal, wenn ihr solche anderen alten Videos nochmal aufleben lassen wollt hier auf 2BG, wenn irgendwelche alten YouTube-Videos kennt, die damals totale virale Hits waren, so. Ähm, genau, schaut euch das einfach nochmal an. Hier, damals die Harry-Potter-Serie, Harry Potter und ein Stein von Coldmirror, habe ich mir natürlich dann direkt auch nochmal angeguckt. Wahnsinn, ist das geil. Naja, okay, so weit, so gut. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mit der Empfehlung was anfangen könnt und dass euch das Video gefallen hat. Und schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht und feiert gut. Das ist die Sound of Play when I'm at my final hour As they lay me down inside of all they web browsers I pray I get surrounded by ads for cauliflower And videos showing how you can have your own superpowers That would be super rad Instead of cooped up in my room Being sad 24 hours like Jack Bauer And they seasons were